Okay. Ich will dann an der Stelle auch deswegen, weil gerade ein enger Vertrauter von Hubert Ulrich diesen Saal betreten hat, mich auch an dieser Stelle ganz herzlich für das bedanken, was die Grünen heute gesagt haben. Die Grünen haben heute in einer Pressekonferenz gesagt, erstens, wir sind überrascht, zweitens, wir hätten es gern vorher erfahren und nicht aus den Medien und drittens, diese Koalition hat immer gestanden und sie hätte perspektivisch aufgestanden, die FDP wäre in der Lage gewesen, ihre Dinge zu regeln. Dass einem die Grünen das zutrauen,